Nein, das Game ist schon geil. Das ist nix. Die Map vor allem, die ist geil. Die beste. Die Map ist super, ja. Nein, die ist übersichtlich, da kennt man sie aus. Aber am Anfang habe ich viel versucht mit Rutschen und sowas. Es ist zwar ein cooles Gimmick, aber ich weiß nicht, vielleicht kommt es noch. Aber es ist schwer so zu spielen. Nein, um die Kurven musst du rutschen. Das ist nur für Kurven gut. Das ist mit Peter ein bisschen falsch. Mein Aim ist Lade, oder? Wahrscheinlich. Aber ich schalte dauernd, weil du musst immer sprechen, wenn es leid. Und ich schalte dauernd unabsichtlich aus, wenn ich wieder drauf trage. Was, du hast mich getroffen, ihr? Ja, ja, ja. Auf die Gefäße zu heißen. Ja, ja, ja. Fuck. Ich sehe wie im Schießen. Du hast allein aus Profil bewiesen. Was ist das für eine Alte? Die aus dem Automat oder was? Ja, ja. Aber die A2, nicht die B2. Auf die, wo sie so alle stehen. Die A2 ist viel einander. Und hörst mich schon wieder. Ich bin genau in meinen Schuss eingeslidert. Ja, ich bin in die Kurven geslidert und... Ah, da darf ich bitte schon hin. Ich sehe von da. Ich droht... Alter, ich habe viel mehr Schuss. Äh, die Kalaschnikow hat so viele Schuss. Und meine, nur wenig. Ich muss da und nachleunen. Und nachleunen ist echt ein Schwachdun. Das dauert ewig. Das nachleunen dauert wirklich wenig. Vier Sekunden habe ich jetzt nachgezahlt. Ja, das ist nicht gut. Nein. Zwei Kills hintereinander, sehr gut. Vorher war ich noch ein zweiter Stuhl. Aber ich glaube, das ist schon wieder vorbei. Ja, da bist du. Ich bin hinter der Herkunft. Wenn du jetzt leidest, bist du noch automatisch in der Sitzposition. In der Crouch, ne? Da musst du nachher wieder aufstehen. Du erwischst mich jedes Mal, wenn ich nachleun. Aber die Map, die habe ich schon hier draußen. Da kann ich mich schauen. Okay. Der hat den selben Einfall gehabt wie... Passt. Ich glaube, ich habe schon hier aufgehört. 10 Kills. Du hier auch. Am besten... Am besten immer auf der Springtaste bleiben. Springen musst du uhr oft. Gut, aber haben wir geschossen. Nur wo genau? Geht so zu und ich weiß nicht wo. Ah, da! Ah, da! Na, mein Waffe ist schon geil. Also wirklich, mit der macht es gleich so viel mehr Spaß. Also das heißt, du musst einmal voll durchbeißen. Und nicht die Lust verlieren. Und nicht die Lust verlieren dran. Granaten! Ah, so eine Sau. Ich bin eben genau ins Mündungsfeuer geredet. Ah, die haben alle andere Waffen. Aber halten die für... Ich meine, ich glaube... Ah, der MFV, das Häusl. Da ist er. Ich glaube... Ich glaube, man kann auch... ...energie auch oder was dazu kaufen. Also, dass man mich auch so zu armen oder sowas. Keine Ahnung. Glaube ich nicht. Alter, ich bin ewig weit von der Granaten entfernt gestanden. Ja, ich bin nicht gefälzt, die Granaten. Ja, ja, aber die war gar nicht bei mir. Und hat mich trotzdem drauf. Nein, das erwischt ich echt fett. Scheiße von unten um, wenn der Renner oben ist leider. Ah, da bist du eingeschumpt. Du bist der Fensterjumper. Ja, nur da quer durch. Das bringt's. Das bringt's wirklich. Da kannst du die anderen... Da war er. Ja, da stehe, wo du stehst, das ist nicht gut. Weil du spawnen nämlich die meisten. Da unten. Da unten spawnen die meisten. Als du unten stehen bleibst, hast Kills, ohne dass du selber gekillt wirst. Wow, da ist er! Ah, Sau der da! Es ist ein gutes Mesh. Ich muss den Laden fertig machen. Ja, jetzt schon langsam wird sowas, gell? Hm? Hm? Drei auf einmal, oder was? Was? Du bist nur einzig in der Mitte. Das geht nicht. Ich brauche noch einen Kill. Ah! Ich brauche noch einen Kill. Ah! Ich habe schon Feuergranaten geschossen. Ja! Ich habe schon Feuergranaten geschossen. Ja! Ich habe schon Feuergranaten geschossen. Sicher ist sicher. Ja! Oh leih! Und du respawnst mit dem Rücken zum Abgrund. Also mit dem Rücken zum Abgrund. Also mit dem Rücken zum Abgrund. Hm, ich weiß. Ja! Ich habe einen zu leih, wenn du ein Killar enttötest. Ja! Ich habe ihn erwischt, ne? Ich habe ihn noch mitgenommen. Ja! 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 Ich habe ihn erwischt, ne? Ja! Ja!